Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Young Kapitel 6 Aufrichtigkeit Das Warum zählt am meisten Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Psalm 24, die Verse 3 bis 5 Das teuerste Gemälde, das je verkauft wurde, erzielte einen Preis von 140 Millionen Dollar. Es handelte sich um ein Werk von Jackson Pollock. Die wertvollsten Bilder in meinem Haus sind mit Buntstift und Wachsmalstiften gemalt. Ich habe Hunderte davon. Ich finde sie oft abends auf meinem Kopfkissen. Obwohl die Abbildungen von mir einen überproportional großen Kopf darstellen, liebe ich sie. Es ist immer wieder ein schöner Moment, wenn ich abends in mein Schlafzimmer gehe und eines dieser Bilder vorfinde. Natürlich sind sie mir wertvoll wegen der Personen, die sie gemalt haben. Aber noch wertvoller sind sie mir wegen des Grundes, aus dem sie gemalt wurden. Es ist dieses Warum, das sie für mich kostspielig macht. Das gleiche Prinzip gilt auch für das christliche Leben. Du kannst nicht ein äußerliches Christsein führen und dann meinen, das wär's. Du musst es ernst meinen. Du musst es tun wollen. Ernsthaftigkeit ist der wahre Test für das, was wir vor Gott darstellen. Es ist einfach, uns selbst davon zu überzeugen, dass wir gut genug sind. Zumindest bis jemand oder etwas uns stoppt und dazu auffordert, tiefergehende Fragen an uns selbst zu stellen. Warum tun wir, was wir tun? Diese Frage ändert alles. Lass mich eines gleich klarstellen. Du kannst das oberste Gebot nicht erfüllen. Du wirst es niemals und hast es auch nie erfüllt. Seit Adam beim Sündenfall der Menschheit den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ist niemand fähig gewesen, Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Seele zu lieben. Die Sünde macht das unmöglich. Außerdem, obwohl die meisten Menschen das annehmen, ist das oberste Gebot nicht der Maßstab des Christentums. Der ist Jesus Christus. Jesus Christus starb, um mich vor den Konsequenzen meiner Sünde, das oberste Gebot nicht zu befolgen, zu retten. Darüber hinaus hat Jesus es erfüllt. Das Evangelium ist mein Gebot. Ich bin gerecht vor Gott wegen dem, was ein anderer für mich getan hat. Das bekenne ich. Nichtsdestotrotz hat mir Gott in seiner Gnade die Augen geöffnet. Ich sehe nun die Wahrheit. Durch seine Gnade gestaltet er mich in das Bild seines herrlichen Sohnes um. Durch die Kraft des Heiligen Geistes bin ich in der Lage, gehorsam zu sein, wenn auch unvollständig, mit einem Herzen, das sich danach sehnt, ihm zu gefallen. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, schreibt Paulus. Römer 7, Vers 18 Ich stehe nun im Angesicht der Unaufrichtigkeit zu dieser Frage zurück. Warum? Weniger ist mehr. Diese Tatsache kann einfach überprüft werden. Nehmen wir zum Beispiel eine Ehefrau mit ihren verschiedenen Verantwortlichkeiten. Die Frage lautet nicht, ordnet sie sich ihrem Mann unter? Die Frage ist vielmehr, will sie sich ihrem Mann unterordnen? Sie muss es wollen. Strebt sie danach, Gott und ihren Mann zu ehren, indem sie sich willentlich der Rolle unterordnet, die Gott ihr für ihr Leben gegeben hat? Ehemänner können den Unterschied feststellen. Nehmen wir einen Ehemann. Die Frage lautet nicht, ist er ein Leiter, sondern hat er Freude daran, seine Bedürfnisse zu opfern, um die seiner Frau zu erfüllen? Es gibt eine Menge Männer, die darin versagen, ihre Frauen zu leiten. Aber es gibt genauso Männer, die denken, sie seien Leiter, doch ihre Anstrengungen reichen nicht über die eines Aufsehers hinaus. Der Unterschied besteht in der Aufrichtigkeit. Ehefrauen kennen den Unterschied. Lass dir einmal das Thema junge Erwachsene und Reinheit durch den Kopf gehen. Die Fragestellung lautet nicht, lebst du keusch? Unreinheit ist eine Sache des Herzens. Die richtige Fragestellung lautet, warum lebst du keusch? Aufgrund von moralischem Druck? Weil deine Eltern und Freunde ein waches Auge auf dich werfen? Oder weil du glaubst, was Gott über Sex gesagt hat? Die Erfüllung, die darin liegt, Gottes Plan hinsichtlich körperlicher Beziehungen zu befolgen, ist die größte Freude. Wie sieht es mit dem Dienst aus? Die Frage ist nicht, dienst du, sondern warum dienst du? Ja, jeder sollte es tun. Jeder muss seinen Platz einnehmen. Aber der Dienst muss darüber hinausgehen, um ernsthaft zu sein. Sonst endet unsere Motivation in Schuldgefühlen oder man wird abhängig von Anerkennung. Die wahre Frage hier ist, willst du dem übergeordneten Wohlchristi sowie anderen dienen bis hin zu dem Punkt, wo du persönliche Anerkennung opferst, um Gott die Ehre zu geben? Es ist immer eine Sache des Motivs. Ob Ehefrau, Ehemann oder Diener. Das einzige Motiv, das dem Test der Zeit und der Versuchung besteht, ist wahre Aufrichtigkeit vor Gott. Ansonsten wird eine Ehefrau bitter werden, wenn ihr Mann ihre Liebe und ihr Vertrauen nicht erwidert. Ein Ehemann wird lethargisch, wenn er nicht respektiert wird. Ein junger Mensch wird häufig den Partner wechseln, wenn alles, was er oder sie tut, darin besteht, bis zur Ehe zu überleben. Unser Dienst wird vorbehaltlich und unzufrieden ausgeübt, wenn wir nicht anerkannt werden. Allerdings in dem Moment, wenn wir es tun wollen, wird sich all das ändern und in Ordnung kommen. Du kannst immer erkennen, ob jemand aus dem Grund handelt, wie er es sollte, nämlich, weil er aus dem Herzen heraus dem Vater gefallen möchte. Es ändert die Qualität des Tuns. Es zieht Leute an. Aufrichtigkeit verwandelt Bitterkeit in Freude, Abneigung in Mitgefühl und Enttäuschung in Hoffnung. Wenn dem Herrn die Wege eines Mannes gefallen, versöhnt er mit ihm auch seine Feinde. Sprüche 16, Vers 7 Die Ausdrucksweise Herz, Seele und Verstand, mit der wir so vertraut sind, ist eine Redensart. Es ist eine Art zu sagen, liebe Gott mit allem, was du hast. Herz, unsere Zuneigung. Seele, unser Wille. Verstand, unsere Absichten. Das ist eine rückhaltlose Liebe zu Gott. Das birgt echte Kraft. So kraftvoll, dass Jesus uns sagt, dass damit das ganze Gesetz erfüllt ist. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Matthäus 22, Vers 40 Das ist es natürlich, was er am Kreuz tat. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Es wird wohl ein überwältigendes Prinzip für seine Zuhörer gewesen sein. Diese setzten voraus, man gefällt Gott, indem man das tut, was erforderlich ist. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, vertreht das aber. Du tust, was von dir erwartet wird, wenn du deine Freude am Herrn hast. Diese Einfachheit vollendet das, was wir auch durch stärkeres Bemühen nicht erreichen können. Wenn unsere Herzen rein sind, werden all die Dinge, um die wir bemüht sind, von alleine in Ordnung kommen. Der Unterschied besteht darin, wie zwischen dem Studium der Bibel, um Gott kennenzulernen, und dem Studium der Bibel, weil du in Gott deinen Frieden hast. Das ist der Grund dafür, dass ein reuiger Zolleinnehmer im Vergleich zu dem vollkommenen Pharisäer als der einzig wahre Anbeter im Tempel dasteht. Diese Liebe zu Gott stellt richtig, was wir falsch verstehen. Nehmen wir das Thema Lust. Statt nur gegen unsere Begierden für die falschen Dinge zu kämpfen, begehren wir etwas weit Begehrenswerteres. Statt Gott zu bitten, uns zu helfen, unseren Ehepartner so zu lieben, wie wir es sollen, ist das Resultat aus unserer Liebe zu Gott, dass wir Ehepartner sind, die Gott Freude machen und unsere Partner ermutigen. Darum hat Jesus gesagt, Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 39 Eine ungeteilte Liebe zu Gott verändert unser Leben. Der beste Maßstab für unsere aufrichtige Liebe zu Gott ist unsere Liebe zu den anderen. Wenn du gegen deinen Ehepartner sündigst, ist das eigentliche Problem nicht die Liebe zu deinem Partner, sondern deine Liebe zu Gott. Ich habe noch nie eine Ehe erlebt, die kurz vor ihrer Scheidung stand und gerettet wurde, weil sich jemand entschied, den Partner mehr zu lieben, sondern weil jemand erkannte, dass er Gott nicht genug liebte, weil er die aufrichtige Liebe zu Gott vernachlässigt hat und sie in der Buße wiederfand. Das Volk Israel auf einer 40-Jahres-Wanderung durch die Wüste befand sich kurz vor der Verheißung. Hunderte von Pflichten erwarteten sie auf der anderen Seite. Aber die Gesamtheit ihrer Verpflichtung und ihres Überlebens hing von einer Sache ab, ob sie es ernst meinten oder nicht. Komm ihr Dienst aus einem Herzen voller Liebe zu Gott? Du kannst Mose hören, wie er das Volk vor den Gefahren der Unehrlichkeit warnte. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. 5. Mose 6, die Verse 12-13 Israel stand vor dem Zusammentreffen mit heidnischen Religionen in einem Maße, wie sie es sich kaum vorstellen konnten. Kanaan war durchsetzt mit Götzen. Es gab Götter für alles, von Sex bis Landwirtschaft. Ein wesentliches Merkmal jedes Götzen war seine völlige Gleichgültigkeit in Bezug auf die Motive seines Anbeters. Götzenbilder interessieren sich nicht dafür, warum du ein Opfer zu ihren Füßen ausbreitest. Sie interessieren sich nur dafür, dass es in einer bestimmten Weise, zu einer bestimmten Zeit, für ein bestimmtes Ergebnis getan wird. Schlussendlich war es die Oberflächlichkeit des Götzendienstes, welche die größte Bedrohung für die Existenz der Nation darstellte. Würden sie dem lebendigen Gott jemals auf diese Weise gegenübertreten, wären die Auswirkungen tragisch. Aber der Herr, Gott, ist nur einer. Er ist nicht einer unter vielen. Der Herr schuf alle Dinge und herrscht über sie. Er benötigt nichts. Es gibt nichts, was wir ihm geben können, das er nicht geschaffen hat. Das Einzige, was wir ihm geben müssen, was ihm bereits gehört, ist unser gesamtes Leben, unser Herz. Im Unterschied zu den toten Götzen ist Jehova ein lebendiger Gott, der direkt in die Herzen seiner Kinder schauen kann. Egal, was er von uns verlangt, das Wichtigste dabei ist immer, warum wir es tun. Die Beweggründe waren immer das Entscheidende und sie werden es immer sein. Eine befreiende Einfachheit Jahrhunderte später, als Jesus gefragt wurde, welches das größte Gebot sei, zitierte er Moses Aussage. Mittlerweile war das Gesetz erschwert und mit einer unkenntlichen Menge an Regeln und Vorschriften modifiziert worden. Das Volk hatte ständig eine Liste mit 700 und mehr Posten vor Augen, die sie beachten mussten. Die Frage war daher eigentlich unmöglich zu beantworten. Es war die Nadel im Heuhaufen der Religion. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzeer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Matthäus 22, Vers 34 bis 36 Weil die Pharisäer erwarteten, dass Jesus etwas Zeit benötigen würde, um zu einer Antwort zu gelangen, mussten sie regelrecht geschockt sein, als die Antwort sofort kam. Seine Antwort zerlegte regelrecht jede ausgeklügelte religiöse Rhetorik. Er hatte die Nadel gefunden. Ohne Zögern antwortete er, Liebe Gott. Er sagte, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Matthäus 22 Vers 37 Beeindruckend ist das Fehlen jeder Komplexität. Was Jesu Erklärung so mächtig macht, ist nicht ihre Vielschichtigkeit, sondern eine Einfachheit, die sogar ein Kind verstehen kann. Liebe Gott! Diese Art Einfachheit ist befreiend. Sie bringt alles in die richtige Reihenfolge. Schlussendlich ist das der einzige Weg, um zu leben. Bei der Erziehung meiner Kinder habe ich mich darum bemüht, ihnen in der gleichen Weise zu begegnen. Meine Zielsetzung war nicht auf ihre Leistung oder ihre Fügsamkeit gerichtet, sondern auf ihr Herz. Ich habe dabei keine oberflächlichen Lebenswahrheiten angestrebt. Ich ziele tiefer. Ich möchte, dass sie ihr Herz kennenlernen und die Kämpfe, die darin toben. Ich möchte nicht, dass sie mit mir diskutieren, sondern mit ihrem eigenen Gewissen vor Gott stehen. Ich werde nicht immer da sein, um äußerlichen Druck anzuwenden. Ich muss ihnen ein Motiv vermitteln, das über die Konsequenzen hinausgeht. Die Vorteile überwiegen hier bei weitem die Nachteile. Von Herzen kommender Aufrichtigkeit befreit uns von der Last der Leistung. Ich muss mir nicht hundert kleine Regeln merken, vielmehr muss ich mir nur einer Wirklichkeit bewusst sein, Christus, und einem Beweggrund, liebe Gott. Ich will den Namen Gottes preisen im Lied, will ihn rühmen mit Lobgesang. Das gefällt dem Herrn besser als ein Opferstier, als ein Rind mit Hörnern und Klauen. Psalm 69, Vers 31 bis 32 Unsere Bemühungen bei der persönlichen Veränderung erhalten durch die Aufrichtigkeit eine größere Bedeutung. Es ist eine Sache, Disziplin nötig zu haben. Es ist eine andere Sache, zu erkennen, dass fortgesetzte persönliche Disziplin Gott erfreut, weil es uns am Ende erlaubt, ihm mehr von uns zu geben. Ehe ich mich beugte, ging ich in die Irre. Nun aber halte ich dein Wort. Psalm 119, Vers 67 Die Liebe zu Gott vereinfacht unsere kompliziertesten Probleme. Dann wissen wir immer, wohin wir uns wenden können, wenn Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Als David meinte, im Strudel seiner Schwierigkeiten zu versinken, kannte er den Grund dafür. An dir allein habe ich gesündigt. Psalm 51, Vers 6 Wir kennen immer den Grund, für den wir zuerst Buße tun müssen. Aufrichtigkeit nimmt Schuld als Motiv für meinen Dienst an Gott weg. Ich muss nicht länger tun, was ich tue, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Da ist nichts, was ich erreichen muss. Christus hat es bereits für mich getan. Ich bin frei, gehorsam zu sein. Das stellt sicher, dass alles, was wir tun, eine Gabe an Gott ist und kein Versuch, ihn zu besänftigen. Was wir nun tun, ist eine beständige Gabe an Gott. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. 1. Korinther 3, Verse 11b-13 Der Fokus auf unser Herz fördert eine gesunde Selbstwahrnehmung, die uns durch das Leben und seine Probleme leitet. Dies bringt uns dazu, tiefere Fragen über unsere Beweggründe und Absichten zu stellen. 1. Korinther 3, Versen ins 1. Korinther 3, Versen ins